Hallo und willkommen zu Dead by Daylight Fragen! Wir wurden gefragt, ob das Perk Ich Bin Ganz Ohr sich auch dann aktiviert, wenn der Überlebende mit dem Perk Schnell und Leise durch ein Fenster springt. Ich Bin Ganz Ohr hat den Effekt, dass der Killer die Aura des Überlebenden für 6 Sekunden sehen kann, wenn der Überlebende im Umkreis von 48 Metern zum Killer eine übereilte Aktion ausführt. Ich Bin Ganz Ohr hat dabei eine Abkühlzeit von 40 Sekunden. Schnell und Leise hat hingegen den Effekt, dass der Wahrnehmungs- und Audioradius des Kilos um 100% verringert ist, wenn der Überlebende eine übereilte Aktion ausführt. Schnell und Leise hat eine Abkühlzeit von 20 Sekunden. Würde Ich Bin Ganz Ohr die Aura des Überlebenden anzeigen, obwohl dieser mit Schnell und Leise spielt, wäre der Stealth-Perk Aspekt von Schnell und Leise dahin und das Perk wäre ziemlich nutzlos. Wie ihr sehen konntet, aktiviert sich Ich Bin Ganz Ohr nicht, wenn der Überlebende schnell und leise nutzt. Jedoch aktiviert sich auch nicht die Abkühlzeit von Ich Bin Ganz Ohr, weshalb der Überlebende bei der nächsten übereilten Aktion aufgedeckt wird, solange Schnell und Leise noch auf Abkühlzeit ist. Wenn auch ihr Fragen zu Dead by Daylight habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!